In einer überraschenden Partie der Bundesliga verlor Borussia Dortmund auswärts gegen Mainz mit 1.03. Mainz dominierte früh und erzielte ein schnelles Tor, das Dortmund aus dem Konzept brachte. Trotz Bemühungen konnte Dortmund den starken Abwehrblock von Mainz nicht durchbrechen. In der zweiten Halbzeit baute Mainz seinen Vorsprung durch schnelle Konter auf 3.0 aus. Dortmund erzielte spät ein Ehrentor, das jedoch an der Niederlage nichts mehr änderte. Mainz feierte so einen wichtigen Sieg gegen einen starken Gegner. Einer meiner Lieblingsspieler muss ich eigentlich dabei sagen, aber er wäre besser für die Mainz auf jeden Fall. Gitterisch im Katakomben ohne Abzug, er ist schon sauer. Gitterisch im Katakomben ohne Abzug! Musik Einer. Test drin. Für unseren ersten FSV. 05. Elfmeter, der Ex-Stuttgarter gegen Robin Zentner. Alter Falzer, sieht das geil aus! Die Fans von der Osterdauern und das Abbrechen von Thierry richtig ist, nach wie vor nicht genau hat sich im letzten Leben nichts geglärt. Da ist er, der Termin! Jawoll, Mann! Schönes Ding, Mann! Sehr schön für Daniel Acosta! Schalalala, 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 schalalala. Wir bedanken uns bei unserem Kapitän, bei unserer Nummer 29, Juli! Super angenommen, super Ball, auch von Wehner. Drei, da ist ein Trick, ihr Mann! Geil! Heuer! Toro! 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 54. Spielmitte! Toro! Schönen Tag zu meinem Ersten der Frechskoll! Und da ist es, mein Lieber, in diesem... Lieber! Oh, Lieber! Oh, Lieber! Oh, Lieber! Toro! Oh, Lieber, war! Schönen Tag zu meinem Ersten der Frechskoll! Um Gottes zu erzählen, Import.